Hallo liebe A-Team, wir haben was gemacht, meine Freundin, mein Bruder Fox, ein Essmarkt. Wollen wir hoffen, dass es ein Essmarkt werden tut, soweit wir Dorfbewohner Zombie zurückverwandelt haben. Aber wir schauen uns das mal an, was bis jetzt daraus geworden ist. Ein langer Weg, das ist unsere neue Stadt, das zeigen wir bestimmt noch in einem nächsten Video, wie es weiter aussieht. Eine Pyramide, da ist eine Mine und hier haben wir schon ein bisschen was gebaut, hier so ein bisschen Nahrung hin und da so Handelsgut ein bisschen hin, dass wir handeln können mit Papier oder andere Sachen. Tiere brauchen wir auch noch, das wäre jetzt wohl noch Bären. Ich reiß da mal was ab. So, jetzt geht es erstmal hoch zur Pyramide, wie das gleich hier auszusehen hat, das Dorf. Kann man ein bisschen von oben sehen, wie, was wir bis jetzt schon alles gemacht haben. Ja Darius, hol dir das mal an. So sieht das schon mal aus. Unser Handelmark. Das wird noch eingezäunt und einige andere Sachen gemacht. Hübsch, was? Nur nicht neilig werden. Tschüss, Grey Fox Alpha. Tschüss. 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 Tschüss.